Ich wollte einen Moon Lander bauen. Wir haben wahrscheinlich keinen Antrieb, der Throttlebar ist. Aber wir könnten eine AJ-10 nehmen, um abzubremsen. Das heißt, also wir haben jetzt ein Launch Vehicle, das genug macht. Apollo 13 reloaded. Nein, nein, nein. Noch unbemannt ein Lander, eine Sonde, die landet. Da haben wir nämlich einen Auftrag für laufen. Der uns auch ganz gut zu Gesicht stehen könnte. Wir gehen jetzt mal ins VIB und nehmen uns mal und bauen mal einen Lander. Einmal ein Sechseck und den machen wir groß und flach. Maximilian Fuhr sagt, wenn du gewichtmäßig hinkommst, nimm einen Rover mit, den kannst du, dann kannst du sehr viel Forschung mitsammeln. Oh Mann, ey. Einen Rover. Wir bauen jetzt erstmal den Lander. Outer, zwei Meter. Inner, ein bisschen so, ein bisschen flach. Und da kommt jetzt quasi einmal ein Antrieb rein. Das ist der größte Monopropelling Thruster, den wir haben. Und der kann da rein. Und den können wir auch noch mal ein Stück nach oben schieben. so. Und ich mach dann so einen Ring draus, damit wir Höhe sparen, weil Höhe ist alles. So, haben wir einen sehr schönen, flachen Moonländer und ich weiß nicht, tatsächlich könnte halt da oben drauf, könnte halt ein Rover, der dann runterfährt, ne. Also das könnte tatsächlich klappen. Haben wir denn Landefüßchen? Wir haben, ne, die haben wir noch nicht erforscht, diese Landefüßchen. Haben wir den Airbag erforscht? Ne, haben wir auch noch nicht erforscht. die wir an den Ecken als Füße benutzen, missbrauchen könnten. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schwerer, aber wir wollen hier oben drauf ja Experimente rein haben. Fällt mir gerade auf. Wir möchten ähm ich möchte vier Platz und Configure Experiments und ich möchte nicht Orbital Perturbation ich möchte Infra ich möchte vorgehen äh Barometer Thermometer Radiation Detector und Magnetometer bauen wir in die Sonde ein und lassen sie mal laufen. So dann kommt auf die Sonde drauf ähm Magnetik die den haben wir noch nicht genau ähm Magnetometer hab ich dann Early Television Camera da nehmen wir nur eine von mit eine dahin dann Mikrometeoriden Detektor äh an diese Ecke dann Infrarot Radiometrie an diese Ecke ähm haben wir Massenspektroskopie da drauf ähm Temperatur Druck Cosmic Ray Magnetic Scan Nein Massenspektroskopie brauchen wir dann kommt Massenspektroskopie an die Ecke und Perturbation brauchen wir nicht Geiger Müller Counter haben wir Barometer und Thermometer haben wir sehr gut dann machen wir die auch mal an alle weil so lange fliegen wir jetzt nicht zum Mond ähm und dann würde ich sagen Antenne brauchen wir wahrscheinlich eine nehmen wir hier so ein ähm ich nehme mal kurz die Fenster hier weg äh wir können mal so eine Omnidirectional die reicht glaube ich für Mond dass wir eine Omni Antenne nehmen hier so eine auf den Rand setzen und bei ne ich möchte diese Antenne und bei der Kommunikation können wir mal gerade Antenna Planning machen und wir wollen zum Mond und da können wir tatsächlich äh da können wir tatsächlich diese Antenne wirklich klein gestalten mit 50 dB äh 15 dBm ich mache mal so ja genau 15 äh dbf äh UHF Band kann ich auch S Band ne kann ich nicht UHF Band genau so dann ist die Antenne auch nicht wirklich schwer 0,315 Tonnen haben wir da jetzt drauf jetzt fehlt noch Stromerzeugung äh wir haben 2000 Akku und da muss jetzt einfach noch äh ein Solarpanel drauf ja das sieht cool aus mit diesem doppelten Winkel da drin also der zweifache Winkel dann können sie auch nicht auf den Boden äh aufditchen das ist schön das ist nämlich schon der zweite Versuch der erste hat es nie wirklich auf den Mond geschafft aber das ist jetzt die letzte Stufe die das letzte bisschen landen wird und jetzt brauchen wir noch etwas was genug Delta V hat um auf den Mond runter zu kommen und da muss ich auch mal gerade hier Dinge konsultieren wie viel brauche ich denn eigentlich für ähm für Mond ich brauche so drei um ich brauche ganz schön viel ne oh äh wir brauchen wir brauchen äh auf jeden Fall an diesem Teil hier auch noch RCS das das ist sonst blöd reicht da eine Dreier Symmetrie an den Ecken sollte eigentlich oder den Körper Mond angebe Mond 2,87 kein Problem ja kein Problem das heißt also mit diesem Ding hier mit dem bisschen HTP was wir drin haben die 374 für die letzte Landung reicht das hier sehr sehr schön Antenne haben wir auch drauf Solarpaneele haben wir auch drauf reicht das denn eigentlich für wenn ich den Mond wir sind bei unendlich ja Solarpanel zieht bringt genug Strom mit vielleicht machen wir einen weil wenn wir auf der dunklen Seite landen dann wäre es vielleicht doof wenn wir ähm wenn wir einfach wegen kein Licht rausballern wenn ich da jetzt ein RTG oben drauf setze dann sind wir bei ganz knapp 0,4 nicht ganz 0,4 Tonnen verlieren ein bisschen Delta V aber wir sollten so weit aufgestellt sein dass wir dann auch auf die zwei Wochen wo der wo die eine Seite wo der Mond dann immer nicht beleuchtet ist dass wir da dann trotzdem Experimente weiter durchführen können ja ein Tank und der hat ähm Hollow Cylinder das ist für die Landung das heißt da können wir ruhig maximale Kraft von dem Stufentrenner machen und hier drunter kommt jetzt ein Avionics geballert und da unten drunter kommt eine AJ10 die braucht die braucht High Pressure und die brennt 300 ja alles klar das heißt dieser Tank hier auch einmal High Pressure und dann mach mal AJ10 und da haben wir einfach schon von einem Gefährt was knapp drei Tonnen wiegt haben wir 3496 Meter pro Sekunde das ist super zum Abbremsen das heißt das reicht sowas von Dicke und da haben wir auch mehrere Zündungen das ist ganz großartig ähm lass mal kurz überlegen reicht das so würde das sogar eventuell für einen Mondtransfer erreichen Darkfield fragt reicht da ein TWR von 1 nicht kannst du das Triebwerk nicht runterskalieren nein die Triebwerke sind nicht throttlebar die brennen volle Möhre oder nicht ja 3004 wenn ich da jetzt wenn ich da jetzt einfach sage so komm mach mal Meter lang es wird nicht wenn ich jetzt zwei Meter lang es wird halt irgendwann ineffizient ne also irgendwie Meter Länge ist halt noch cool da haben wir dann wirklich viel Delta V 3800 so viel brauchen wir aber nicht wir bauen danach dann einfach eine Kicker Stage also wir brauchen um wir können dann Low Orbit können wir alles ganz entspannt machen ich glaube ich mache die sogar noch ein bisschen kleiner 800 80 Zentimeter lang sind wir bei 3500 so viel brauche ich längst nicht für Moon Capture und hast nicht gesehen aber wir werden jetzt noch ein bisschen was verlieren wir sind bei 3,245 tonnen wir müssen die avionics noch richtig einstellen und zwar avionics wahrscheinlich es ist deep space es sind switch to mature mach mal 4 tonnen dann sind wir auf der sicheren seite mach mal 2000 akku mach mal 60 liter resize to fit so 3,349 und dann setzen wir da nochmal einmal nicht die ganz kleinen sondern eine nummer größer genau wo sind wir jetzt mit unserem das müssen wir nochmal richtig eruieren wo der schwerpunkt liegt indem ich nehme ich jetzt dieses triebwerk so jetzt haben wir 3000 meter pro sekunde wir haben da durchaus durch den massen zuwachs von dem htp das versteuerfähigkeit haben und durch den akku und so weiter und so fort ein bisschen delta v verloren aber 3000 reicht immer noch äh um capture und low moon orbit zu machen und auch um quasi runter zu kommen und die letzten 361 zum landen das wird reichen und jetzt brauchen wir noch quasi den das ding was uns zum mond hinschickt wie groß sind wir hier mit der neuen technik und ich würde jetzt fast sagen wir sind bei 3,49 tonnen wir sind bei 3,49 tonnen ich habe dem gesagt 4 tonnen alles klar jetzt bin ich so ein bisschen ratlos was wir da rein tun für die kickstage aber da machen wir wahrscheinlich eine einzelne rl10 dahin so und da haben wir 564 wie viel brauchen wir wir brauchen 2 3 und ein bisschen mal gucken wie lang wir werden müssen 3 und ein bisschen ja okay wir müssen ganz schön wir können mal 250 die avionics dann auch auf 250 wir können diesen lander tatsächlich weil wir eine bessere technologie haben mit unserem alten launchvehikel das 9,3 tonnen in den low earth orbit bringt hochballern so jetzt brauchen wir noch ein bisschen rcs an diesem ding hier und dann nehmen wir die brauchen wir auch nicht die die super schnell reagieren sondern die kleinen reichen völlig und die setzen wir da hin und dann möchte ich gerne dieses fenster nach da schieben und diesem fenster sagen nee nicht nitrogen ich möchte die noch umstellen auf http und dann nimm dir mal bitte http für die reaction control thrusters jawoll so hier dann zünden die nee die zünden vor diesem triebwerk genau die zünden dann zündet der und dann zünden ja staging ist okay das ist unser mond rover 9,1 tonnen das heißt da ist noch jede menge masse platz für einen für ein potenzielles gefährt ja warum blende ich die noch nicht erforschten teile nicht einfach aus weil manchmal ist es dann doch sehr praktisch dass du dann weißt okay diese eine forschung muss ich noch fertig machen ich habe nur also was was wie ich die UI eingestellt habe ist alles was ich in der forschungs queue drin habe also alles wo ich dabei bin es zu erforschen das steht mir schon als teile zur irgendwo dran babse hier needs human rated edl aber nichts was ich also alles was nicht in der forschungs queue ist was also nicht demnächst fertig erforscht wird wird mir nicht bei den teilen angezeigt sodass ich schon mal was einstellen kann was neben der blauen Uhr okay cool das wusste ich noch nicht dass man das machen kann wie cool danke wieder was dazugelernt ja ich hab's extra so eingestellt damit ich nicht so aber okay dann ist das also oh schön und dann wird mir auch angezeigt was ich unlockt habe und was ich noch nicht unlockt habe das ist ja auch cool das ist sehr schön danke sehr danke sehr danke sehr dann lassen wir das jetzt erstmal so so und jetzt gucken wir erstmal und kleben hier unser Launch Vehicle drunter da wäre auch noch Platz für einen Rover und ich würde sagen wir machen den hier nochmal fetter ach da oben ist genug Platz für einen Rover den ich drauf baue das ist da muss ich jetzt nicht noch irgendwie was schlanker machen auf jeden Fall das haben wir jetzt oben auf unserem Launcher und Delta V die uns noch fehlen haben wir auch in der oberen Stufe wir sollten einmal die Landung quasi die ganze Sache einmal simulieren wie wir zum Mond hinkommen und so weiter und so fort und wie wir das Ding auch in den Orbit reinballern jetzt ist die Frage soll ich da schnell nochmal einen Rover drauf bauen ich glaube einfach aus Komplexitätsgründen weil wenn ich jetzt noch einen Rover baue dann bin ich noch mal eine Stunde beschäftigt ich möchte endlich auf dem Mond Landen diese Mission liegt schon so lange rum und wenn ich und es sieht nicht so aus als ob wir einen Mangel an Wissenschaftspunkten haben weil wir fliegen jetzt Mars Venus und so weiter und so fort und schicken da ganz ganz viel Wissenschaft hin und ich kann nochmal so ein Ding da hoch landen ich baue jetzt erstmal keinen Rover weil wieder ungeduldiger André wir haben hier einen Moon Lander der sollte es noch nach ballern genau das wäre dann quasi die zweite Version wir landen erstmal so ein Ding dann weiß ich dass das klappt und wir speichern das und ich fürchte wir müssen das einmal simulieren ansonsten kommen wir in Teufels Küche genau das Ding hier simulieren wir jetzt einfach mal und zwar Mond Orbital Altitude 100 Kilometer und gucken mal ob wir das gelandet kriegen oder was heißt ob wir es gelandet kriegen ob wir Mack Jab dazu überreden können das zu landen gucken wir mal was haben wir denn an an Akku 2000 ja im Moment verbrauchen wir das natürlich mach mal in ne Sonne bitte so und jetzt sollten wir auch ja ok schlechte Ausrichtung natürlich und dann machen wir einmal aktivieren und dreh dich mal falsche Richtung dreh dich mal in die Sonne dass du ein bisschen dass du ein bisschen deine Akkus wieder auflädst bevor wir uns jetzt hier genau so und dann machen wir mal einmal dieses hier und sagen Landing Guidance und ich kann dann einfach sagen lande mal irgendwo hier oder ich kann ihm sagen land somewhere und touchdown speed ja deploy landing gear deploy parachutes haben wir nicht land somewhere dann gucken wir mal was er macht er müsste sich jetzt drehen und dann sollte er wir machen mal show landing prediction ich lasse ihn jetzt einfach mal landen und ich muss die AJ10 aktivieren und da haben wir auch schon eine rote linie die uns sagt wo er dann wahrscheinlich landen wird genau da hat er sich jetzt ausgesucht das ist meine landing prediction und er spult jetzt einmal spult jetzt auch einmal vor hallo final descent okay ich weiß nicht genau was er da tut aber er ist anscheinend in einer furchtbaren rotation gefangen ja ich mach mal kurz ich mach mal kurz äh hupsi warum spult er vor so äh dann landen wir mal ein klein bisschen von hand weil das ist mir auch schon ein bisschen doof hier was er veranstaltet ich meine er ist sich nicht sicher wo unten ist ja ja ähm der dieses ähm die Höhe war jetzt gerade glaube ich ich glaube ich habe ihn mit relativ wenig äh ähm er meckert über Controlled Mass wie er meckerte über Controlled Mass ich kann die ich kann ihn super kontrollieren weiß gar nicht was er hat hab ich gar nicht gesehen dass er über Controlled Mass gemeckert hat auf jeden fall kann ich hier mit den Landing Predictions ja selber time to land 2 Minuten 30 also äh ähm ja ich kann auch ich kann ihm gleich auch mal wenn wir erstmal ein bisschen abgebremst haben kann ich ihm ja auch nochmal sagen land somewhere und er macht den Rest beziehungsweise auch wenn ich jetzt quasi das letzte Stück jetzt erstmal die orbit burn und langsamer werden ähm wo sind wir jetzt hier wir haben eine Höhe von 22 Kilometer wir sind noch ziemlich hoch also äh ja ich mach mal das Triebwerk wieder aus weil ich würde sagen wir können uns noch ein bisschen leisten äh ein bisschen äh voranzufliegen bevor wir landen äh und irgendwo da hinten werden wir wahrscheinlich runterkommen wenn ich jetzt weiter burnen würde und oh fuck wir sind nicht verbunden warum sind wir nicht verbunden weil wir keine Sicht zur Erde haben na herzigen Glückwunsch da hab ich nicht drauf geachtet ah doch aber ich kann ich kann einfach wieder zünden äh Gott sei Dank ähm also bremse ich mal ab und sag ihm mal land somewhere jetzt müsste er nämlich einigermaßen klarkommen wenn das äh Ding wieder stabilisiert ist und das wird doch nix oder doch das wird was das sah mir gerade zu eng aus aber das wird tatsächlich etwas ja mag jab macht immer ein suicide burn ne das wird nix ok ja ist nicht so einfach ich glaube das wird schon gut auch wenn mag jab da jetzt gerade irgendwelche probleme hatte wir machen das mit f5 wir fliegen dann erstmal dahin so Rakete da in dem gespeicherten war ich mir sicher dass wir da das richtige Staging drin haben das heißt dieses Ding hier ähm ich bin mir sicher dass wir das hinkriegen das würde ich jetzt einfach mal bauen tooling ist erledigt ist nicht erledigt danke tooling danke tooling ist nicht erledigt ja die ganze Sonde die wir da oben drauf gesetzt haben muss noch getoolt werden und das ist echt ordentlich an build time jetzt haben wir das tooling gemacht und jetzt können wir das Ding starten wir müssen noch ein cubic octurnal strut mk2 für ein fund unloggen das sind unsere landing gears quasi und dann haben wir den in der building queue und irgendwann wenn das reinpasst werden wir also quasi auch mit der großen rakete ein teil äh zum mond schicken was dort landet und wenn ein wenn das Ding dann einmal gelandet ist dann wissen wir was wir vielleicht auch noch besser machen können und können da immer noch ein rover drauf bauen so westor orbiter ist erstmal das nächste venus flyby der kommt jetzt einfach zurück ist in 224 tagen ok wir bauen mal den westor orbiter fertig orbital rocketry 63 ist jetzt das nächste was fertig erforscht wird und dann kommt advanced communications das ist cool dann wird unser deep space network nochmal mächtiger das wird hier den saturn venus jupiter mars sachen und so auch auf jeden fall helfen so dann machen wir erstmal bis zum nächsten vorspulen westor orbiter auf dem zweiten bauplatz ist braucht nur noch 113 tage das heißt wir können den moonländer erstmal fertig bauen und tatsächlich die sache mit dem moonländer machen das heißt wir machen jetzt als erstes mond und da ist der moonländer fertig geil und dann rollen wir den moonländer direkt aus weil wir haben noch viel zeit bis zu den launch windows und starten den erstmal 27 tage braucht er ja das reicht selbst wenn der dann auch 27 tage braucht und wir genauso lange für reconditioning brauchen dann sollte das trotzdem gut funktionieren westor orbiter ist da saturn wird fertig gebaut oh saturn könnte eng werden scheiße saturn schaffen wir schon wieder nicht kann das sein die sache mit dem saturn ist auch etwas die uns verfolgt so ich guck mal gerade aktiv luna landing ja haben wir ja luna landing haben wir noch aktiv 300.000 saturn wird nicht rechtzeitig fertig venus orbiter könnte knapp werden ja saturn schaffen wir nicht och man jetzt habe ich mir so viel vorgenommen wir machen mal ein neues startfenster für saturn so und dann haben wir hier unten in 450 tagen haben wir wieder eine chance das heißt saturn ziehen wir nach hinten damit und diesen saturn löschen wir damit venus und jupiter fertig wird weil venus wenn ich den runterziehe ist bei 193 und 234 das könnte halt schon eng werden und ich möchte ja dann machen wir venus und jupiter fertig und saturn ziehen wir ein klein wenig nach hinten und diesen saturn löschen wir so ein bisschen organisation ja saturn runter genau ich habe saturn runter gesetzt venus orbiter nach oben jupiter dann wird saturn weiter gebaut und mars ist in 300 ja okay saturn muss ganz nach unten mars dann als nächstes so advanced communications ist erforscht das heißt wir können hier einmal einklappen und wir können hier unsere ortungsstation updaten tracking station wird aufs nächste level und wir haben das nächste antennen level freigeschaltet das ist total gut und unsere forschungsstation hat einfach mehr bumms das ist super wir könnten die raketen alle nochmal reingehen und tatsächlich die antennen nochmal leichter machen aber ja und ich kann noch was investieren stimmt ich kann noch was investieren ich kann noch ins vab gehen aber so viel ich gebe mal 10 aus dann sind wir bei 250.000 wir brauchen ja auch was für abgib und dann gehen wir mal geben wir mal ein paar punkte in die beiden building queues rein und dann wird das auch besser gebaut und da ist auch das rausrollen ist dann auch günstiger so habe ich noch ein bisschen was ausgegeben danke für den hinweis so und dann haben wir noch ein paar tage und dann haben wir den moonlander ausgerollt und jetzt können wir endlich eine mondlandung versuchen okay dann machen wir es jetzt launch Vielen Dank.